heide jalla sonst nervt es ich habe nach die kugel ist so so ein embryo drin oder so laura ja in der kugel ist was genau ich habe da schon md oder so ist das mercedes oder ein alter mercedes oder dann haben wir das nehmen jetzt auch hier mal gemacht wo man wir am werkzeug gebraucht teller geil das ist das haben wir aufgesammelt oder ernsthaft eine flasche hier stand ja oma geil ah jetzt seid ihr hey ada servus und danke fürs folgen omega schlüssel da haben wir doch was was ist es rätselhafte griff ein rätselhaften griff haben wir das ist rätselhaft naja lampe weiß ja nicht brauchen wir es eigentlich so oft ein rätselhafte gift und du sagst da kommen wir auch nie drauf auf dieses rätsel es ist schlecht wenn wir dann die drauf kommen egal oder was ja tabletten fressen tabletten 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 vor wir haben nichts mehr tabletten wir sind bald pleite was tablet man geht was war das jetzt was war jetzt hier noch mal drinnen ich blickte schon langsam nicht mehr durch wo wir überall drin waren oh hier waren wir noch gar nicht muss ich mal gucken hubi gleich gesehen alter ich wusste gar nicht dass wir hier noch so ein raum nicht gemacht haben ok da hat mir jetzt genau was gebracht gar nichts hier ist der strom raum aber da wollen wir die schlüssel dann haben wir jetzt im griff oder kann jetzt die käme hier auch nicht ich glaube ich glaube den braucht jetzt erst mal nicht mehr einfach strech speichern haben wir hier tabletten man tabletten tabletten bruder tabletten nein warum nicht tabletten drin nehmen wir mit geil habe ich gewusst was war hier drin was war hier drin weiß schon gar nicht mehr da war ich glaube jesus drin oder da sind tabletten sehr geil okay da ist noch ein spiegel scheiße sackkasse bruder grenn doch irgendwie geht man ich muss dadurch ich Oh, warte mal. Hier. Hallo? Lan, lauf doch richtig. Jetzt ist Oma wieder am Stand. Warum, man? Da liegt ein Schlüssel. Wo war ich? Ich will nur Schlüssel. Da ist ein Haustier. Einen Tee. Oben. Wir sind oben. Das ist Dachboden-Schlüssel. Oma, ich mache die Radio an. Okay, ich mache die kein Radio an. Ich gucke mir jetzt hier noch um, Oma. Darf ich, Omi? Nee, darf ich nicht. Alles klar, Oma. Danke für den Kaffee. Hier, ich schlage einmal auf den Tisch. Damit du weißt, wenn der Boss ist. Alles klar. Ciao. Na, wo ist denn, ich gebe ihm ein Haul? Oh, eine Kerze in der Moment. Ich hasse diesen Kellergang hier. Der ist so ekelhaft. Der ist so schlimm. Warte mal, ist hier auch noch was? Ist hier auch noch ein Spiegel? Nee. Nicht möglich. Nein! Geil. Oh, hier gefällt es mir. Hier gefällt es mir sehr gut. Aber geil ist, dass sich es mitbewegt. Also mitwippt. Überlegt mal. Da haben sich die Programmierer dabei was gedacht. So, ich bin der Rowdy vom Spielplatz. Ich zerstöre das Spielzeug der Kinder. Ruhe. Der Boss ist da. Der Spielplatz-Boss. Mein Hammer. Ja, den lasse ich jetzt da. Ich weiß ja, wo er ist. Ich weiß, wo er liegt. Hier ist nichts. Da haben wir einen Eingang. Ach, den können wir nicht benutzen? Nee. Ja, ja. Den nehmen wir gleich mit. Den nehmen wir gleich mit den Hammer. Chillt mal. Chillt mal eure Nippel. Wir sind gleich da. Hey, Eilish. Okay. Was machen wir hier? Haben wir hier irgendwas getriggert? Nichts, gell? Achso, vorher hat doch mal jemand gesagt, da ist ein Hinweis. Vielleicht findest du in der Garage etwas, um mit dem du diese Kugel zu schlagen kannst. Ah. Jetzt haben wir den Hinweis gelesen, mit der Kugel zerschlagen in der Garage. Wir müssen mit der Kugel nochmal in die Garage. Aber was machen wir hier jetzt? Wahrscheinlich gar nichts. Irgendwie können wir hier gerade gar nichts machen, oder? Keine Ahnung. Aber hell ist es geworden hier im Haus. Hell ist es. Oh, nee, doch nicht. Den Stern hat jeder bekommen, Eilish. Das sind die Kanalpunkte. Oder wo ist jetzt die Garage? Ne, hier sind wir komplett falsch. Warte mal. Von da kommen wir. Hä? Also in die Garage kommen wir jetzt auch erstmal nicht. Dolores, bis bald. Oh, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg, unser Dolores. Oder was? Was war das? Feuerzeuggeschleer. Hä? Bin jetzt ein bisschen wieder lost. Wie immer. Danke für die Geschenke. Hallo. Müssen wir nochmal da runter? Ich glaube schon, ja. Jetzt gehen wir ins Auto und gucken, ob wir die Kugel kaputt kriegen. Gute Nacht, Jan. Hey Raider, danke fürs Folgen, Bruder. Wollen wir mal schnell speichern. Gibt es hier sonst noch irgendwas? So, jetzt brauchen wir hier. Ah, wir müssen sie hier reintun. Ja, alles klar. Sehr geil. Was haben wir denn da? Speedy, danke. Was ist das? Eine Notiz. Wollen wir mal jetzt erstmal hier. Wollen wir doch Tabletten. Speichern erstmal. Und dann gucken wir uns diese Notiz an. Vergrößer, vergleicher, nicht untersuchen, lesen. Die Uhrzeiten. Wir haben die Uhrzeiten. Wo war denn das Zimmer mit den Uhrzeiten? Aber das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber das bringt nichts. Dieses zurück und links, rechts bringt gar nichts. Ihr müsst schon richtig schreiben, wohin. Ah, hier wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Hier war das, hier war das, hier war das. Nein, das ist kein Ausraster. Aber das bringt nichts. Wenn dann immer Leute schon, sagen links oder rechts. So, was haben wir hier? 6 Uhr, 15.30 Uhr, 12.30 Uhr. Beide. 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 Ah, okay, das habe ich jetzt gleich gesehen, guckt. Hier gibt es auch Bilder. In der Mitte Stöß und der muss rechts, ah, die müssen nach innen gucken, alles klar. So. Hat das jetzt was getriggert hier? Nö. Haben wir es falsch gemacht? Ich glaube, wir haben es falsch. Ich glaube, wir haben es falsch. Gucken wir mal. Die schauen nach rechts, der schaut nach links, die schauen richtig rum nach oben. Da haben wir 18 Uhr, 15.30 Uhr und 12.30 Uhr. Hä, das ist doch richtig. Fenster. Das habe ich gar nicht gesehen. Die Fenster habe ich gar nicht gesehen. Die habe ich echt nicht gesehen. Die Fenster. Ja, klar. Auf, zu, auf. Ja, seit, 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 seit. Sehe ich es. Auf, zu, auf. Danke, Steppenwolf, Bruder. Vielen Dank, Steppenwolf. Steppenwolf eskaliert. Dankeschön. Danke. Oha. Oha. nichts kurz schaue nur kurz ein danke fürs folgen alter waren das jetzt hier das war ehrenlos steffe alter willst du mich umbringen danke einfach hexe vielen dank vielen dank was beide hände stimmt wer bekomme ich das baby jetzt jetzt betteln sich die babys baby battle 50 373 bitte 50 373 so ich weiß aber nicht wofür jetzt hören wir uns die kassette noch an ok wach aus jetzt keine ahnung um den code gebraucht haben weiß jetzt echt nicht am safe stimmt Das stimmt. oder scheiß drauf scheiß drauf ich weiß wo das sehr fisch hier ist das da brauchen wir schlüssel da brauchen wir schlüssel so was wir noch mitziehen können irgendwie so tabletten feuerzeug nein schade das sind keine tabletten vollzeug ist fast leer weiß ich dann können wir auch hier einfach eins hinstellen macht man aber nicht so jetzt ist es nicht doch nicht da und da waren wir mal so feuerzeuge schnell geil danke schau hier nur kurz rein vielen dank fürs abo bruder da waren wir war ja kein feuer und zwar haben wir hier diesen elektrizitätsschlüssel leute damit die wieder lampen bekommen damit wir wieder lichter im haus haben dann wird es ein bisschen leichter hier mit licht ich liebe deine terrasse welche nini welche terrasse denn die liefe ja bruder komm warum redest du nicht Croft Quest 4 5 5 4 7 8 6 19